Zur Eröffnung der Motorradsaison feierten Berliner und Brandenburger Biker am Mittag in Großzieten bei Schönefeld einen ökumenischen Gottesdienst. Trotz Nieselregens kamen etwa 200 Motorradfahrerinnen und Fahrer mit ihren Schätzchen, um sich Gottes Segen für die diesjährige Saison zu holen. Den Gottesdienst leitete Bernd Schade, leidenschaftlicher Motorradfahrer und Pfarrer der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Er appellierte an die Biker, nie schneller zu fahren, als der Schutzengel fliegen könne. Im vergangenen Jahr starben allein auf Brandenburger Straßen Saison.